Rechtfertigung und Heiligung von G.D. Krummacher Kapitel 4 Die evangelische Lehre von der Rechtfertigung Vierte Predigt Ein König macht auch angemessene königliche Geschenke, wenn er welche macht. So hat's auch in diesen Tagen seine Majestät, unser teurer König, gegen die Armen der beiden Residenzstädte bewiesen, denen er ein Geschenk von 6000 Talern vermachen ließ. Wie bewundernswürdig erscheint in dieser liberalen, großartigen Beziehung der König, den der Herr eingesetzt hat auf seinem heiligen Berg zieren. Zu ihm trat einst ein Bettler und bat ihn, freilich schüchtern und bescheiden, jedoch zuversichtlich, um ein Almosen, das jedoch mehr an Wert sein und ihn glücklicher und reicher machen sollte, als 6000 oder 600.000 oder 6 Millionen Taler es vermochten, wiewohl er um etwas bat, was sich nicht in Zahlen ausdrücken lässt, nämlich bloß darum, seiner zu gedenken. Der König zu Zion war oder schien ebenso arm wie der Bittsteller selbst. Seine Untertanen hatten ihn freilich erhöht, aber nicht auf einen Thron, sondern an ein Kreuz. Statt der Krone hatten sie ihm einen Kranz von Dornen aufs Haupt gedrückt. Er hatte kein Hemd mehr am Leibe, geschweige denn einen Rock, über welchen sie eben das Los warfen und so die Schrift erfüllten. Er selbst musste um etwas bitten. Und um was denn? Um einen Trunk in seinem großen Durst. Dennoch war dieser arme König reich genug, jenem armen Bettler das Himmelreich zu schenken, und schenkte es ihm wirklich mit den Worten, Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ihr wisset die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, dass, ob er wohl reich ist, wart er doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Wovon sollten wir auch diesmal anders reden, als von der Gnade dieses reichen Königs? Lasst uns nur arm, lasst uns nur Bettler sein, und uns zwar in tiefster Demut, aber auch mit herzlicher Zuversicht an ihn wenden. Er wird uns nicht leer entlassen. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesum Christum, zu allen und auf alle, die da glauben. Die Frucht der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist, nämlich die Versöhnung und die Gottesgerechtigkeit, war der Gegenstand unserer vorigen Betrachtung. Jetzt haben wir noch zweierlei zu erwägen. 1. Die Bestätigung der paulinischen Lehre, nachdem sie offenbart ist durch das Gesetz und die Propheten. 2. Das andere betrifft die Art und Weise, dieser Versöhnung und Gerechtigkeit teilhaftig zu werden. 1. Die sich selbst überlassene Vernunft weiß von der Lehre, die wir betrachten, durchaus nichts. Es ist nie in eines Menschenherz gekommen. Kein Ohr hat es außer dem Evangelium gehört. 2. Kein Auge gesehen. Gewiss müssen wir vielen alten und auch neueren Philosophen Augen und Scharfsinn zuecknen, müssen gestehen, dass sie viel Merk-, ja, Bewunderungswürdiges gefunden und gesagt haben, obschon ihnen die Offenbarung nicht zu Hilfe kam. Sie geben auch sehr gute Lebensregeln. Aber von dieser Lehre trifft man bei ihnen allen auch nicht die leiseste Ahnung an. Sie musste offenbart, sie musste von Gott offenbart werden. Sie ist es auch. Aber selbst seitdem sie das ist, bleibt sie vielen verborgen, anderen rätselhaft, vielen verhasst, einigen dunkel und wenigen lebendig klar. Ja, alle erkennen nur Stück, nur teilweise und sehen wie durch einen Spiegel in ein dunkles Wort. Und jeder versteht sie nur in dem Maße, als es dem Heiligen Geist gefällt, ihn in dies gottselige Geheimnis einzuweihen und darin zu erhalten. Selbst in den Evangelien, welche in der Übergangsperiode aus der Nacht des Alten zu dem Tage des Neuen Bundes in die Zeit der Morgendämmerung gehören, kommt diese Lehre nur noch verschleiert, wenn gleich als Fundamentallehre vor. Christus tauft mit Feuer. Er verbrennt und zerstört die falsche Gerechtigkeit mehr, als er geradezu die Ware eigentlich ins Licht stellt. Die Pharisäer, als Verfechter und Standhalter jener falschen Selbstgerechtigkeit aus dem Gesetz, sind ein vorzüglicher Gegenstand, den er bestreitet. Aber indem er es feststellt, es sei denn eure Gerechtigkeit besser als der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen, spricht er sich doch im Ganzen über diese bessere Gerechtigkeit nicht mit völliger Deutlichkeit aus, welche der Zeit nach der Ausgießung des Heiligen Geistes vorbehalten war und zu denjenigen Dingen gehörte, wovon Jesus zu seinen Jüngern sagte, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird auch die Welt überzeugen von der Gerechtigkeit. Nur einmal gedenkt er der Gerechtigkeit Gottes als eines Guts, wonach wir als erstes trachten sollen, wo uns denn alles Übrige zufallen werde. Nur einmal sagt er, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. veranlasst dadurch zwar viel Nachsinnens, sagt aber erst lange nachher, ich bin der Weg. Mit Worten sagt er nie, ich bin eure Gerechtigkeit. Wenn er gleich sagt, also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Mit der Tat aber beweist er es sehr oft und am glänzendsten kurz vor seinem Tode, indem er vielen ihre Sünden vergab und unter diesen auch solchen, die in besonderem Sinne Sünder waren, ja, sogar Macht erteilte, in seinem Namen Sünden zu vergeben oder zu behalten. Nach der Ausgießung des Heiligen Geistes aber wurden die Schleier ganz weggenommen und die Rechtfertigungslehre, die Lehre, dass Christus selbst unsere Gerechtigkeit sei, tritt wie ein heller Morgenstern hervor. Dem Apostel Paulus aber, einem vormals strengen Pharisäer und gewaltigen Eiferer fürs Gesetz und die Gerechtigkeit aus demselben, an dem aber Christus vornehmlich den Reichtum seiner Gnade erwies, scheint es, vor den anderen Aposteln her, verliehen worden zu sein, diese Lehre mit besonderer Deutlichkeit und Kraft zu verstehen und vorzutragen, weswegen er auch wohl bei einigen Christen aus den Juden verdächtig wurde, als hebe er das Gesetz auf. So war es auch unter den Reformatoren des 16. Jahrhunderts, dem auch vorher so pharisäischen, mönchischen Luther vorbehalten, diese Lehre, wenigstens mit besonderer Lebendigkeit und Eifer, vorzutragen und sich da in keine Widersprüche zu verwickeln, wie es sonst bei diesem großen, vielbeschäftigten Mann oft der Fall ist. Und auch auf den Teil der Kirche zutrifft, die sich nach ihm nannte, unverkennbar seinen Geist vererbte, insofern sie nicht samt der übrigen protestantischen Kirche abtrünnig geworden ist. Auch er musste sich um dieser sehr ehrwürdigen Ursache willen sehr verketzern lassen. Darum erweist der Apostel, dass er keine neue Lehre vortrage, sondern eine Lehre, welche im Gesetz und in den Propheten bezeugt ist. Es würde eine sehr angenehme Beschäftigung sein, die Zeugnisse des Alten Testaments von der Glaubensgerechtigkeit zusammenzustellen, wenn dieser Zeugnisse nicht zu viele an der Zahl wären. Der Apostel führt hauptsächlich drei an. Eins aus dem Gesetz, wovon Abraham gesagt wird, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das andere aus dem Psalm. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Missetat nicht zurechnet, woraus der Apostel den Schluss zieht, dass die Seligkeit allein des Menschen sei, welchem Gott die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke zurechnet. Das dritte aus dem Propheten. Der Gerechte aber wird seines Glaubens leben. Aus welchen Sprüchen er die wichtigsten Schlüsse herleitet, welche an ihrem Ort in Römer 4 und Galater 3 mögen nachgelesen werden. Übrigens, was kann Herrlicheres gesagt werden, als wenn es heißt und dies wird sein Name sein, dass man ihn nennen wird der Herr unserer Gerechtigkeit. Ja, wenn die Kirche selbst so genannt wird, wie sie in der Offenbarung als eine Frau mit der Sonne bekleidet erscheint. Wenn Christus die Sonne der Gerechtigkeit genannt wird, wenn die Kirche rühmt, er hat mich mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet, wenn ihr gesagt wird, alle Zunge, so sich wieder dich setzt, sollst du im Gericht verdammen, das ist das Erbe der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir spricht der Herr. Wer also gegen diese Lehre angeht, der bestreitet die ganze Heilige Schrift und hat nicht bloß den einigen Paulus und seine Lehre wider sich, sondern das Gesetz, die Psalmen und Propheten, also Gott selber und versucht, wenn gleich vergeblich, den Grund einzureißen, worauf die ganze Gemeinde erbaut ist, welche die Pforten der Hölle nicht überwältigen können. Zweitens Von der höchsten Wichtigkeit ist nun die Frage, wie und auf welche Weise wird ein Sünder dieser Gerechtigkeit und Versöhnung teilhaftig, sodass sie ihm zugute kommt. Ernstlich geschieht dies nicht so ohne weiteres, wie wenn jemand bei gutem Wetter ausginge und plötzlich von einem Gewitterregen überfallen und durchnässt würde. Es geht damit nicht, wie wenn ein König, der bisher Krieg geführt hat, Frieden schließt, dessen Vorteile die Untertanen ohne weiteres genießen, mögen sie den Friedensschluss genehmigen und billigen oder nicht, worauf auch bei Abschließung des Friedens gar keine Rücksicht genommen wird. Sondern, wenn wir davon ein Bild machen wollen, so verhält es sich damit wie etwa mit einem Kranken- oder Armenhause, was doch noch mancherlei voraussetzt, mit einem Schiff oder sonstigen Fahrzeug, das Menschen irgendwo hin führt. Mit deutlichen Worten, man kann nun denken oder sagen, wohl an, wir sind nun versöhnt, wir haben nun eine vollkommene Gerechtigkeit, die ist Christus. Wir haben uns nun, um weiter nichts zu bekümmern oder zu sorgen, zu krämen oder zu ängstigen. Vor Gottes Gericht brauchen wir uns nicht zu scheuen, denn wir haben ja einen Bürgen und ein vollgültiges Lösegeld. Werke kommen hierbei nicht in Anschlag. Was brauchen wir uns darum, Sorgen zu machen? Die bösen Werke hat Christus auf einmal bezahlt und die guten Werke für uns vollbracht. Mögen nun diejenigen es sich sauer werden lassen, die da meinen, sie müssten oder könnten das. Wir nicht also. Wir leben, wie es uns gut dünkt, tun und lassen, halten und übertreten, was uns Recht ist. Nein, so stehen die Sachen keineswegs und können sie nicht stehen. Dann wäre Christus ein Sündendiener, nicht ein Zerstörer, sondern ein Beförderer der Werke des Teufels. Dann würde er die Sünde nicht wegnehmen, sondern beschützen und die Sorglosigkeit, Frechheit, Gesetzlosigkeit und den Aufruhr wie der Gott autorisieren und nicht die Gottlosen, sondern die Gottlosigkeit, nicht die Sünder, sondern die Sünde rechtfertigen. Und er gliche einem Häuptling einer Bande von Meuchelmördern, die er beschützte, um unter seinem Schirm ihre Übeltaten ungestraft auszuüben. Freilich ist es von Paulus Zeiten her in Mode gewesen, der Rechtfertigungslehre solche ungeheuren Aufbürdungen zu machen, solche schrecklichen Folgerungen daraus herzuleiten und sie solcher verderblichen Grundsätze zu beschuldigen. Schon Paulus setzte man mit der Frage zu, Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf das die Gnade desto mächtiger werde? Sollen wir sündigen, die weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Und nötigte ihn zu der vortrefflichen ablehnenden Beantwortung dieser boshaften Fragen, welche wir in Römer 6 lesen. Schon Paulus musste sich von übelgesinnten Leuten, wie wir im Anfang unseres Textkapitels lesen, beschuldigen lassen. Er lehre, man solle Böses tun, damit Gutes daraus komme, weil doch unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit preise und seine Wahrheit durch meine Lügen herrlicher werde, über welche Lehre er das Verdammungsurteil fällt. Es steht aber fest, dass niemand der Versöhnung und Gerechtigkeit Gottes so ohne weiteres teilhaftig werde, ohne dass dabei in seinem Verstande, in seinem Willen, in seinem Herzen etwas Neues und Besonderes vorginge. Ist es undenkbar im Natürlichen, dass nichts in dem Gemüte eines Menschen vorginge, den sein König, dem er nach dem Leben getrachtet, dessen Sohn er ermordet, nicht nur begnadigte, sondern noch obendrein königlich beschenkte? So ist es im Geistlichen durchaus unmöglich bei einem Sünder, der von Gott um Christi Willen von allen seinen Sünden los und gerecht gesprochen wird, dass dabei nicht etwas Besonderes und Merkwürdiges in seinem Gemüte vorginge und vorhergegangen wäre, wie wir nachher noch genauer bezeichnen werden. Zweitens aber wird man auch der Versöhnung und Gerechtigkeit Gottes nicht teilhaftig durch Werke, welcherlei Art und Vortrefflichkeit sie auch sein mögen. Das ist der Weg durchaus nicht. Abraham hatte in der Tat wohl Werke, die sich sehen lassen durften. Sie sind ihm aber zur Erlangung der Gerechtigkeit vor Gott nicht behilflich gewesen, sondern folgten erst nachher drauf. Das Erbe wurde ihm durch Verheißung frei geschenkt. Diese Verheißung war auch dritte halb Jahre oder von Abraham angerechnet 430 Jahre älter als das Gesetz. Sie wurde aber durch dieses weder aufgehoben noch beschränkt, sondern bleibt als ein zuvor auf Christus bestätigtes Testament fest. Das Gesetz kam aber um der Sünde Willen nebenein, damit dieselbe desto klarer möchte erkannt und so die Notwendigkeit der Verheißung desto deutlicher möchte eingesehen werden. Die aber mit des Gesetzes umgehen um sich dadurch zum Selig werden durch zu arbeiten, erreichen ihren Zweck so wenig, dass sie vielmehr nach wie vor unter dem Fluch liegen bleiben, statt ihn von sich zu wälzen. Wir geben es zu, dass diese Lehre allen denen, welche glauben, etwas zu sein, eine sehr vertrießliche Lehre sei, weil sie ihren ganzen Grund umwirft, den sie eben auf ihre Werke bauen. Wir wissen, dass die geängstete Natur sich freuen würde, wenn die Gnade an die Erfüllung irgendeiner, wenn auch beschwerlichen Bedingung geknüpft wäre, und dass mancher sich an dieselbe machen würde. Wir wissen, dass der Mensch ohne Glauben weit lieber sein Heil in seinen eigenen Händen als lediglich und ganz in Gottes Hand erblickte und dass die heutzutage herrschende falsche Lehre eben aus dieser fleischlichen Neigung herfließt, so wie das Papsttum sich eben darauf gründet. Wir wissen auch, dass man allerlei und namentlich auch die Einwendung dagegen gemacht hat, es würden nur zeremonielle Werke gemeint und die ausgesprochenen und immer wiederholten Beschuldigungen gegen diese Lehre nicht weiter beachtet. Endlich wissen wir, dass diese Lehre nur auf den Trümmern der eigenen Gerechtigkeit und Kraft sanft einherfährt und Eingang ins Herz findet, dass große und gründliche Demütigungen ihr den Weg bahnen, sie köstlich, erwünscht und lieblich machen. Solange aber jenes nicht vorangegangen lässt sich dieses nicht erwarten. Lest und versteht Jesaja 57 Am Schluss des Kapitels heißt es Ich gab ihnen wieder Trost. Ich will Frucht der Lippen schaffen, die da predigen. Friede, Friede, denen in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der Herr, und ich will sie heilen. Aber welcher Weg führt zu diesem Ziel? Davon heißt es im 10. Vers. Du zerarbeitetest dich in der Menge deiner Wege und sprichst nicht Ich lasse es, sondern weil du Leben findest in deiner Hand wirst du nicht müde. Nun aber heißt es weiter Ich will aber deine Gerechtigkeit anzeigen und deine Werke, dass sie dir nichts nütze sein sollen. Wenn du rufen wirst, so lass dir deine Götzenhaufen helfen, aber der Wind wird sie alle wegführen. Ferner sagt Gott Ich war zornig über die Untugend ihres Geizes und schlug sie, verbarg mich und zürnte. Da gingen sie hin und her im Wege ihres Herzens. Griffen es bald so und bald anders an, versuchten es jetzt auf diese und dann auf eine andere Weise. Was wurde endlich aus ihnen? Sie wurden demütigen und zerschlagenen Geistes. Und was tat nun der Herr? Er fing an, bei ihnen zu wohnen, dass er erquickte den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Er befahl, machet Bahn, machet Bahn, hebet die Anstöße aus dem Wege meines Volkes. Jetzt zeigt er ihnen den rechten Weg, wenn er sagt, Aber wer auf mich traut, wird das Land erben und meinen heiligen Berg besitzen. Jetzt sieht er sie an und heilt sie und lässt einen Geist von seinem Angesicht wehen und macht Odem. Kurz, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Denen ist es recht, ist es willkommen, stimmt mit ihren Bedürfnissen überein. Lasst uns jetzt aber zu der eigentlichen Art und Weise übergehen, wie der Sünder der Versöhnung und Gerechtigkeit teilhaftig wird. Diese Art ist zweifach. Erstens von Seiten Gottes durch Zurechnung. Zweitens von Seiten des Menschen durch Glauben. Von Seiten Gottes wird der Sünder der Gerechtigkeit und Versöhnung teilhaftig durch Zurechnung. Was Zurechnung sei, ist jedem bekannt. Im moralischen Sinne rechnet man jemanden eine Handlung und deren Folgen zu, die er durch sich selbst oder andere aus freien Stücken ausgeführt hat. Der Tod des Urias wird dem David zugerechnet, ob schon er selbst keine Hand an ihn legte. In Geldsachen gibt's, insbesondere bei Bürgschaften, Schulden und Zahlungen, welche anderen Personen zugerechnet werden, als die sie gemacht haben. Spricht oder handelt jemand im Namen eines anderen, so wird dies gerechnet, als ob's der andere selbst verrichtet hätte. Hier ist die Rede von einer Zurechnung, welche von Seiten Gottes geschieht. Jedoch nicht von jener verderblichen Zurechnung, welche David verbittet, wenn er ausruft, so du willst, Herr, Sünden zurechnen, Herr, wer wird bestehen? Rechnet Gott jemanden seine Sünden zu, so lässt er ihm dieselben in ihrer ganzen Strafbarkeit entgelten und er ist verloren. Wir reden hier aber von der Zurechnung als einem Mittel und Weg, der Versöhnung, der Gerechtigkeit Jesu Christi teilhaftig zu werden. In unserem Text, wie in dem ganzen Text Kapitel, ist freilich nirgends von Zurechnung die Rede, desto öfter aber in dem folgenden, wo derselben zehnmal gedacht Dies ist ein äußerst merkwürdiger, trostreicher Begriff, eine dem Evangelium ganz eigentümliche Lehre. Gott als oberster Richter rechtfertigt einen bisherigen Sünder dadurch, dass er ihm den leidenden und tätlichen Gehorsam, dass er ihm die Gerechtigkeit seines eingeborenen Sohnes zurechnet, als ob er dies alles in seiner eigenen Person getan und gelitten, als ob er nie eine Sünde weder begangen noch gehabt hätte. Und dieser wird für so gerecht und heilig gehalten wie Jesus Christus selber. Ist das nicht etwas Außerordentliches? Ist das nicht etwas über alle Maßen Vortreffliches und Herrliches? Ist das nicht etwas so glänzendes, dass es uns durch seine Strahlen blendend, etwas so Großes, dass es uns unglaublich, unmöglich vorkommen möchte? Was wollen wir dazu sagen? Was wäre das für eine Handlung, wenn ein Gläubiger seinem Schuldner nicht so sehr seine ganze unbezahlbare Schuld erließe, sondern vielmehr ihm ein erstaunlich großes Kapital so zugutschriebe, als ob es ihm angehörte, und das in allem Ernst und rechtskräftigster Form? Würde jemand, dem das wiederführe, nicht Mühe haben, seinen eigenen Augen und Ohren in dieser Sache zu trauen? Würde sein Erstaunen, seine Verwunderung, seine Bestürzung, samt seiner Dankbarkeit und Freude nicht umso lebhafter werden, je unwidersprechlicher ihm bewiesen würde, dass durch den Reichtum und die Güte seines Gläubigers ein solcher glücklicher Wechsel in seinen Vermögensumständen vorgegangen ist, da er auch ganz anders nach aller Strenge mit ihm hätte verfahren können, wenn er gewollt hätte. Und wie leicht wäre er zu solch einem Glück gekommen? Aber welch ein matter Schatten ist dies gegen das jenige hohe Gut, wovon wir reden. Welch ein Weg, welch ein wunderbarer Weg, gerecht zu werden durch Zurechnung? Und durch was für eine? Durch eine Zurechnung vermittelst welcher die allerheiligsten Verdienste des Sohnes Gottes, die mehr wert sind als Himmel und Erde samt allem, was darinnen ist und wohnt, dem Sünder gutgeschrieben werden, der nichts als der ewigen Verdammnis wert ist, welche ihm auch schon zuerkannt war, der nichts dazu beitragen konnte. So kann freilich nur ein Gott beschenken. Wird diese Gerechtigkeit zugerechnet, so sind die Glücklichen, denen dies widerfährt, freilich nicht bloß Gerechte, wie Adam vor dem Fall einer war, sondern sie sind Gerechtigkeit Gottes, Gerecht wie Jesus Christus selber. Wo ist eine Herrlichkeit wie die des eingeborenen Sohnes vom Vater und wo ist eine Herrlichkeit wie die seiner Braut, die einhergeht in seinem Schmucke? Er, die Sonne, sie, der Mond, ja, mit der Sonne bekleidet. Gott selbst mein Vater ist, ich bin des Sohnes Braut, sein Geist das Pfand und Band, wodurch ich ihm vertraut. Gott hat mir mehr geschenkt als allen Seraphinen, die Engel stetig mich begleiten und bedienen. Ich habe, was ich will, die ganze Welt ist mein. Die Hölle fürchtet mich, ich fürchte Gott allein. Im Himmel wandle ich als eine Königin. Sag, armes Weltkind, ob ich nicht was Großes bin. Was versäumt doch der, der dies versäumt, wovon jeder Kenner sagen wird? Hätt ich der Engel Heiligkeit? Ich legte ab dies schöne Kleid und wollt in Jesum mich verhüllen. Welch ein himmlischer Frieden muss daraus erwachsen, welcher göttliche Friede, welche Beugung, welche Dankbarkeit, welche Liebe. Oh, erfahret es selbst. Jedoch ist uns noch eins zu sagen übrig, welches wir der folgenden Schlussbetrachtung vorbehalten. Das alles, was wir gesagt und betrachtet haben, ist nun gut und wohl, wahr und unwidersprechlich. Aber nun kommt alles wieder darauf an, ob wir glauben können. Wenn du könntest glauben, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Glaubst du von ganzem Herzen, dass ich dir das tun kann, so mag's wohl sein. So du glauben würdest, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Dein Bruder soll auferstehen. Glaubst du das? Von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesum Christum zu allen und auf alle, die da glauben. Denen aber hilft es alles nichts, die nicht glauben. Und alle, die sind verloren, von denen das Wort Johannes gilt. Darum konnten sie nicht glauben. Oder Christi Wort in Johannes 10 Aber ihr glaubet nicht, denn ihr seid von meinen Schafen nicht. Wer aber glaubt, der wird seine Seele retten. Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. dies ist es weiß was das ist Jahr